yo leute was geht euer open beta hier mit einer neuen movie days ausgabe heute gibt es einen besonderen film denn dieser film erscheint auch als serie und zwar auf dem zdf und das ganze heißt in bester verfassung mindestens einen der beiden herren brauche ich hier nicht vorzustellen den einen kennt man zum beispiel aus zdf neo magazin royal und den anderen das ist fabian siegesmund auch besser bekannt als battle bros oder sie kein für alle die es vielleicht kennen sehr witzig ansonsten steckt dahinter die change man und der macht einen sehr schönen blog kanal mit einigen schönen experimenten und erfahrungsberichten und pipapo ist ein sehr cooler kanal kann ich nur empfehlen kommen wir aber mal zur serie die da gedreht worden ist und zwar geht es hier um den verfassungsschutz von einem kleinen dorf und dieser soll geschlossen werden und deswegen kommt jetzt ein stellvertreter vorbei um die schlechte nachricht zu überbringen also denken sich die einzigen beiden mitarbeiter die noch vorhanden sind ja dann tun wir was dagegen weil wir keinen bock haben nach rostock zu ziehen also bauen sie eine bombe das geht natürlich einigermaßen nach hinten los ist ein bisschen witzig aber wie sich das ganze dann weiterentwickelt ist doch sehr interessant und das will ich euch hier nicht vorweg nehmen guckt euch das am besten selber an ist sehr gut gemacht jetzt habe ich bloß das kleine problem damit die wütze sind ja zwischen mittelmäßig ein paar sehr guten und welchen die bei mir gar nicht zündeln der sich jetzt konfrontiert sie mit dem internet und viel informationszufluss bis hin zu den problemen die da sonst noch auf einen warten wie zum beispiel rechtsextreme nachahmungstäter etc und das funktioniert in meinen augen auch sehr solide also ich habe mich nicht gelangen weil hätte mir aber ein bisschen mehr witz gewünscht da wäre ein bisschen mehr drin gewesen ich denke ich zumindest dennoch wie gesagt eine gute message vielleicht auch sogar ein bisschen gewollt weil das ja in einen kleinen konservativen dorf spielt aber ansonsten kamera top story ist sehr gut gelungen sage ich jetzt mal sie ist eine sehr schöne message geworden ein sehr schönes beispiel wie sowas ja aus den fugen geraten kann denn im endeffekt kommt aus dem wunsch hier sich praktisch aus der entlassung bzw versetzung nach rostock zu entkommen wird hier ein kleines vertuschungsspiel dass die beiden praktisch scheiße gebaut haben bis hin zu wie gesagt nachahmungstätern die ja im endeffekt darin versinken dass alles nur noch absurder wird und das ist ja wie gesagt gut gelungen hat ein paar kleine schwächen wie dem witz oder dass die story halt für mich ein bisschen altbacken wird wirklich so auf heimatliebe kann aber wie gesagt gewollt sein aber man kann dieser serie beziehungsweise diesem film nicht die qualität oder absprechen dass dieser film schrägstrich serie gut geworden ist also ich finde sie sehr gut bloß hätte da ein bisschen mehr pfeffer reingehört dann wäre das ganze noch besser geworden und nicht einfach nur eine gute message in soliden film schrägstrich serie umgesetzt ja ansonsten war es das von mir ich wünsche euch noch was euer open beta schau